Ok, zum Wohl miteinander! Cheers! Prost! Ja, letztens sind wir da etwas trinken und zusammen haben wir uns eigentlich kennengelernt Von wo kein Virus? Also den Oleg habe ich schon seit meiner Kindheit Ist eben lustig, er war schon immer ein Pechbogel Gell Oleg? Was redest du für ein Blödsinn? Das stimmt doch gar nicht Doch, weisst du nicht mehr? Dazumals in der Schulzeit, als ich dich zum Schlegeln herausgefordert habe Da warst du nur auf so einer Bohnenstange Da sind wir draussen schlegeln und alle haben gerufen Und du warst auch immer schwach Du hattest nie eine Chance gegen mich Loser Du hast immer nur die Sachen gemacht in denen du gewesen bist Aber meine Vorschläge hast du immer abgeschaut Gib doch einfach zu Du hast Angst zu verlieren Ich habe Angst zu verlieren Bitte Loser Ja, bewies es mir Wir spielen jetzt mein Spiel Wow, Tic-Tac-Toe Da im Restaurant Oleg Ich glaube die Leute kommen da nicht zum Essen Ähm Wir halten zu für das andere Mal Das ist schon gut Du spielst jetzt mit mir Das Spiel Dic-Tac-Toe Mein Spiel Okay, okay Ich werde zu mega unangenehm glauben Okay, ich werde dich spielen Langsam Okay Okay Ich werde dich Ich werde dich Ich werde dich Ich werde dich Ähm Ich muss geschwind auf die Toilette Du bleibst jetzt Schwind da Okay, okay, okay Du spielst du mein Spiel Nämlich Tic-Tac-Toe Hast du mich verstanden? Ja, ist gut Jetzt bin ich einfach nicht Wieso tust du mir das an? Spiel jetzt Benet Spiel Spiel jetzt Komm Spiel jetzt Los Benet Spiel jetzt Benet Spiel jetzt Setz doch den Tantenkreis Wir gibst doch so Angst Angst zu verlieren Angst zu verlieren Ich habe Angst Und ich will mich nicht vor meiner Kollegin blamieren npch Tön Wie kommt denn da Ja Es ist Es reicht ich bin Gäste ich bin ich bin Sie ich bin ich bin ich bin Und es ist Loser. Wollen wir weiterspielen? Ich meine, das ist sehr ungewacht. Ihr spielt jetzt mit Spielen! Nämlich Biktak-To! Langsam. Okay, ich spiele mit. Okay. Hast du einen Schliff noch? Du hast einen Fall. Du hast dich verloren. Du hast einen Fall, oder? Du hast einen Fall, oder? Du hast einen Fall, oder? Und dann? Und dann? Du hast einen Fall, oder? Ich kann gar nicht mehr die Klappe aufmachen. Ich habe mich auch gewonnen. Ja, jetzt sieht man das Gesicht besser. Okay. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Los! Spiel jetzt, habe ich dir gesagt! Spiel jetzt! Setz den Kreuz und gib es so, dass du Angst hast zu verlieren! Aber ich setze doch Kreise! Bis zum nächsten Mal!